Hallöchen! Du möchtest wissen, warum ich die letzten vier Tage in diesem gemütlichen Sessel verbracht habe? Und zwar habe ich meinen 30-Tage-Selbstliebe-Kurs, Videokurs aufgenommen und ich freue mich wie Bolle, dass der jetzt endlich im Kasten ist. Ich habe ihn schon ganz lange als Idee mit mir im Herzen getragen und jetzt kommt er endlich in die Welt. Ab Oktober wird er erscheinen und ich kann dir sagen, Selbstliebe ist das größte Geschenk, das du dir selber machen kannst und deswegen möchte ich da mit diesem Kurs meinen Beitrag dazu leisten, für alle, die das wünschen, da einfach tiefer einzusteigen und noch mehr Liebe zu sich selbst und in die Welt zu bringen, weil wenn du dich selbst liebst, dann gibt es keinen Grund, irgendwie Artwo nach draußen zu bringen oder irgendwelche Kriege zu führen und deswegen möchte ich einfach meinen Beitrag leisten und die Möglichkeit geben, der Welt die Liebe zu mehren. Also ich freue mich schon, bin gespannt, was du dazu sagen wirst und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald!